Du suchst ein robustes Schließsystem, dann solltest du dir das hier mal genauer anschauen. Dieses Schließsystem hier hat wirklich einiges zu bieten und vor allem, es ist wirklich sehr widerstandsfähig. Hat ein Highlight, aber dazu kommen wir im späteren Verlauf des Videos. Schauen wir uns das doch mal genauer an. Was man hier schon direkt sehen kann, ist, es handelt sich um einen modularen Zylinder. Das heißt, die beiden Zylinderhälften hier, die sind getrennt und zwar durch diesen Steg hier. Das sorgt dafür, dass wenn man beispielsweise umzieht, man den Zylinder dann zu einem Fachpartner bringen kann, um ihn entsprechend auf das neue Türmaß anpassen zu lassen. Schauen wir uns mal den Schlüssel an. Der sieht so aus. Ich kann euch auch mal den Zylinder von der anderen Seite zeigen. Der Zylinder ist hier aufgeschnitten, nicht wundern. Normalerweise, wenn man den Zylinder kauft, sieht der so aus. In diesem Fall sieht der Schließzylinder aber so aus, weil es sich hierbei um ein Schnittmodell handelt. Solche Schnittmodelle sind dafür da, damit man sich die Mechanik einfach mal anschauen kann. Wenn man sich das einfach mal anschaut, dann sieht man hier schon, dass dieser Schlüssel hier solche eingefrästen Bahnen hat. Die eingefrästen Bahnen in diesem Schlüssel sorgen dafür, dass die Sperrschieber, das sind nämlich Sperrschieber bei diesem Schließsystem, jeweils auf die korrekte Position befördert werden. Ich stecke den Schlüssel jetzt hier auch mal rein. Dann kann man nämlich sehen, wie hier die einzelnen Sperrschieber von diesen eingefrästen Bahnen jeweils auf die korrekte Position gehoben werden. Zack. Und jetzt kann ich hier entsprechend drehen und den Schlüssel wieder rausziehen. Das hier ist ein sogenanntes Wendelschlüsselsystem. Das heißt, wenn ich den Schlüssel jetzt umdrehe, kann ich hier genauso problemlos schließen. Dieses Schließsystem bietet einen guten Widerstand gegen zerstörende Öffnungen und auch gegen zerstörungsfreie Öffnungen, sei es beispielsweise gegen Lockpicking. Aber vor allem ist dieses Schließsystem wirklich sehr robust. Die Sperrschieber, die sich in dem System befinden, sind gehärtet. Das heißt, dadurch haben wir auch einen geringeren Verschleiß. Das Schließsystem wird tatsächlich von einigen auch im Außenbereich verwendet. Ich habe sogar schon gehört, dass Leute das unter anderem im Wald verwenden. Das heißt, wenn da mal ein bisschen Dreck reinkommt, macht diesem Schließsystem das für gewöhnlich nichts aus. Für wen eignet sich dieses Schließsystem? Beispielsweise, wenn man Vermieter ist und jetzt das Problem hat, dass dadurch, dass man halt einige Mieter hat, der Verschleiß von dem Schließzylinder relativ hoch ist, dann kann man sich überlegen, sich dieses Schließsystem hier zu holen. Dadurch, dass es wirklich sehr robust ist und zugleich einen geringen Verschleiß hat, muss ich sagen, ist das auf jeden Fall ein wirklich empfehlenswertes Schließsystem. Kommen wir jetzt also mal zum Highlight dieses Schließsystems. Und zwar, wenn man den Schlüssel hier einfach so fallen lässt, dann gleitet der tatsächlich in den Zylinder automatisch rein. Jetzt brauche ich nur noch ganz leicht zu drücken und kann jetzt entsprechend schließen. Das ist also ein wirklich sehr gutes Schließsystem, wenn man was Robustes sucht, was zugleich einen geringen Verschleiß hat. Insbesondere für so Mietobjekte kann das auf jeden Fall eine interessante Alternative zum Elektroniksystem sein. Deshalb sollte man sich dieses Schließsystem auf jeden Fall genauer anschauen. Ab und zu sollte man dieses Schließsystem natürlich auch schmieren. Das gilt nahezu für fast alle Schließsysteme. Es erhöht halt einfach die Anzahl der Schließzyklen, sorgt dafür, dass der Verschleiß nochmal geringer wird. Deswegen auch hier immer dran denken, adäquat zu schmieren. Eine Sache muss ich am Rande auch nochmal wiederholen. Sicherheit ist immer ein Gesamtkonzept. Und die Sicherheit eines Systems ist eben nur so stark wie die schwächste Komponente im System. Das heißt, auch der sicherste Schließzylinder bringt nichts, wenn man die Tür problemlos eintreten kann. Ich zeige euch auch nochmal, wie der Schlüssel hier die einzelnen Sperrschieber jeweils auf die korrekte Position bringt. Stecken wir den Schlüssel hier einfach mal rein. Da sehen wir jetzt schon, wie sich die Sperrschieber bewegen. Zack, und jetzt kann ich auch schon schließen. Ja, ihr wollt natürlich auch mal hören, was es so für Kritik gibt, was es so für Nachteile hat. Tatsächlich sehe ich bei diesem Schließsystem so direkt gar keinen Nachteil. Das Einzige, was ich immer mal mitbekommen habe, ist, dass Leute sich über diesen Schlüssel beschweren. Und zwar sagen einige Leute, dass der Schlüssel aussieht wie eine Pommesgabel und man deswegen Löcher in der Hose bekommen würde. Naja, über Design bzw. über Optik lässt sich natürlich immer streiten. Also ich finde den Schlüssel auf jeden Fall schön und ästhetisch. Also ich weiß ja nicht, was manche Leute so für Hosen tragen. Bei meinen Hosen passiert das auf jeden Fall nicht. Dieses Schließsystem ist auf jeden Fall auf Robustheit ausgelegt und auch auf geringen Verschleiß. Deswegen, wenn man diesen Anwendungsfall hat, dass es wichtig ist, dass man geringen Verschleiß hat, dass das ein robustes Schließsystem ist, dann sollte man sich dieses Schließsystem hier auf jeden Fall mal genauer anschauen. Zusammengefasst also ein wirklich sehr empfehlenswertes Schließsystem, was vor allem heraussticht durch die Robustheit und natürlich auch den Widerstand gegen die zerstörende und auch zerstörungsfreie Öffnung. Da macht man auf jeden Fall nichts mit falsch. Das ist auf jeden Fall ein Top-System. Der Link zum Produkt ist unter dem Video in der Beschreibung oder halt in den Kommentaren. Da könnt ihr auch mal gucken.